das leben ist nicht immer einfach heute war ein furchtbarer tag für meine frau die mutter von maris auf alle fälle ich werde heute auf den blog verzichten einfach weil ja gut es tut mir unendlich leid was passiert ist ich weiß gar nicht was man sagen soll es ist schwierig es ist so schwierig man kann nichts sagen bitte nutzt jeden tag den ihr habt nutzte auch wenn eure kinder so anstrengend sind und was weiß ich was alles nutzt jeden tag den ihr mit euren kindern verbringen könnt schätzt es einfach dass jeden tag an dem eure kinder bei euch sind genießt das leben das ist wichtig das ist immer schlimm kannst du halt nicht gut wir sehen uns vielleicht morgen wieder vielleicht übermorgen mal gucken mal ganz kurz ich verpasste nichts aber heute hatte ich zu heute ist nichts passiert ich wollte noch kurz sagen nicht dass ihr euch wundert warum wir durch den blog kommt ja also bis morgen oder übermorgen macht's gut